Eine der häufigsten Fragen im Flottenmanagement ist die nach der Finanzierungsform. Dabei geht es nur auf den ersten Blick um die Entscheidung zwischen Kauf oder Leasing. In Wirklichkeit zählt eine realistische Budgetplanung und die langfristigen Auswirkungen dieser Entscheidung auf Ihre Unternehmensfinanzen. Wäre es dann nicht gut zu wissen, ob Kauf, Finanzierung oder Leasing oder vielleicht sogar eine Kombination aus den dreien die beste Strategie darstellt und dabei sowohl Ihrer aktuellen als auch Ihren zukünftigen finanziellen Planungen gerecht wird? Wir beraten Sie, indem unsere Experten Ihre Geschäftsdaten analysieren, um Ihnen Antworten auf diese Fragen einzugeben. Schließlich bieten wir Ihnen genau die Lösungen, die am besten zu Ihrer Unternehmensstrategie passen. Dadurch, dass Sie die Beschaffung strategisch betrachten, können Fahrzeuge so finanziert werden, dass sich die Wirtschaftlichkeit Ihrer Flotte erhöht. Denken Sie daran, Ihr Fuhrpark ist ein Investment. Höchste Zeit, dass es sich für Sie auszahlt. Unsere OpenFlex-Flottenlösungen helfen Ihnen, dieses Ziel zu erreichen.